Nach dem furchtbaren Amoklauf in Sydney haben Prinz William und Prinzessin Kate eine persönliche Botschaft dazu gespostet. Wir sind schockiert und traurig über die schrecklichen Ereignisse in Sydney. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen, einschließlich der Familien der Toten und den heldenhaften Rettungskräften, die ihr eigenes Leben riskiert haben, um andere zu retten. W.C. Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum hat der Englischlehrer Joel Kauchy sechs Menschen getötet und mehrere verletzt. Als er sich weigerte sein Messer wegzulegen, wurde er von einer Polizistin erschossen. Wie genau Kauchy in den Besitz des mutmaßlichen Jagdmessers kam, ist bisher noch unklar. Seit ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit am 22. März hat es kein Statement mehr von Prinzessin Kate gegeben. An diesem Tag verkündete sie der Welt mit einer Videobotschaft ihre Krebserkrankung und bat um die Privatsphäre ihrer Familie, während dieser schweren Zeit. Sie wolle sich während ihrer Genesung erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen, um sich dann, wenn sie wieder gesund ist, erneut ihren royalen Aufgaben zu widmen. Doch das schreckliche Attentat von Sydney hat Kate zutiefst erschüttert und sie, gemeinsam mit Ehemann Prinz William, zu einem persönlichen Statement bewegt. Bis heute ist die ehemalige englische Kolonie Australien eng mit Großbritannien verbunden. Formal ist Australien nach wie vor eine parlamentarische Monarchie, deren Oberhaupt der britische König Charles III. ist. Neben den britischen Royals hat vor allem das niederländische Königshaus als ehemalige Kolonialmacht mit der Ausbeutung der damaligen Bevölkerung zu kämpfen. Es werden von den Nachfahren immer wieder Rufe nach Entschädigungen laut.